hallo warum gibt es eigentlich kein greenscreen video zum thema chroma key unter linux ich möchte einen funktionierenden chroma key ich will einen funktionierenden greenscreen und zwar unter linux aber mit welchem programm geht es jetzt am besten und gibt es da vielleicht vorteile nachteile bei den unterschiedlichen greenscreen verfahren das was man jetzt hier sieht das bin ich vor einem greenscreen ich kann den hintergrund wechseln ich kann videos einbinden und durch surreale landschaften schweben ich kann farbige hintergründe einsetzen aber so ein live greenscreen ist natürlich immer ein bisschen anders als vielleicht ein greenscreen den man einfach aufgenommen hat und dann hinterher mit einer software bearbeitet es gibt verschiedene arten von software von videoeditoren unter linux mit denen man ein greenscreen bearbeiten kann wir haben als ausgangsquelle das ist jetzt also ein video mit ton ich habe mich hier also vor einem greenscreen gefilmt ich gehe mal ein bisschen in deckung wie man sieht ist meine frisur recht schwierig ich habe dünnes haar ich habe haare die nach oben hin abstehen und da fängt sich natürlich alles möglich an unterschiedlichen lichtarten drin ja wie man hier sieht habe ich da was ganz helles da wird es dunkel und zwischendrin ich will es nicht leugnen kommen langsam auch die ersten grauen haare also ich habe mich jetzt einfach mal mit obs vor einem greenscreen aufgenommen ich verwende eine logitech c9 30 e und ich verwende einen elgato greenscreen feines teil jetzt stellt sich die frage wird vielleicht mein haki oder generell die qualität besser wenn ich jetzt also dieses vor einem grünen hintergrund aufgenommene video durch einen video editor hindurch jagen warum hat es noch nie jemand getestet wenn dir dieses video gefällt oder du ähnliche videos sehen möchtest lassen wir bitte ein like und subscribe da zurück zum thema shotcut ist ein sehr beliebter denke ich nun mal video editor unter linux man sieht hier man kann also in eine timeline sein video hinein sehen das habe ich hier gemacht und ich habe jetzt hier mein arbeitszimmer hintergrund eingefügt und dann habe ich versucht hier den passenden chroma key filter als effekt auszuwählen hier ist er chroma key einfach das ist alles was shotcut im programm hat nur dummerweise wie man hier sieht sind die ergebnisse nicht sehr überzeugend ja es ist wie gesagt bei allen diesen beispielen die ich jetzt zeige ist es immer wieder dieselbe videodatei die ich hier verwende also kein fähig und egal was ich hier auch tue was ich hier auch einstelle nichts hilft der zweite kandidat den ich benutzt habe heißt open shot diesmal habe ich mir die arbeit ein wenig erleichtert ich habe hier kein video aufgenommen und zu zeigen wie ich eine halbe stunde versuche irgendetwas einzustellen das ist das höchste der gefühle besser ist der chroma key die einstellung hier nie geworden ich habe hierzu dokumentationszwecken einmal die variante abgefilmt also ein screenshot erstellt es ist die version 261 und das ist alles was der chroma key hier kann ja ich habe hier nur einen einfachen chroma key filter gefunden mit denen habe ich das erreicht ende gelände ja ich wende mich mit grausem ab der nächste kandidat der ist so verrückt und dass man ihn schon wieder gut finden muss das ist nämlich blender blender ist jetzt nicht unbedingt allein ja ein einfacher video editor es gibt auch die möglichkeit videos zu editieren blender ist eine software mit der man filme manipulieren kann mit der man auch 3d modeling betreiben kann man kann aber auch in blender wie man hier sieht den hintergrund freistellen also hier ist auch wieder dasselbe video verwendet worden mit meinem grünen hintergrund aber wie man hier auch gleich erkennen kann es ist mir nicht gelungen im blender gute ergebnisse zu erzielen ich muss natürlich dazu sagen ich kenne mich jetzt auch nicht so aus mit blender ja ist leider so ich bin kein profi und dieser test hier ist auch für leute wie mich gedacht in diesem video die jetzt keine experten sind und auch nicht stundenlang irgendetwas einstellen wollen damit sie irgendein brauchbares ergebnis erreichen blender ist aber irgendwie schon faszinierend also ich könnte mir vorstellen mit all diesen einstellungsmöglichkeiten und filter möglichkeiten die man hier anbringen kann dass man mit blender dem perfekten green screen hinkriegen kann man verzeihe mir mein dilettantismus ich habe es nicht geschafft ich gehe mal kurz hier durch ich will einen kleinen eindruck vermitteln wie blender aussieht ich kann in blender im sogenannten compositor in der abteilung compositing theoretisch hunderttausende effekte aneinander hängen was man jetzt hier vorbei flickern sieht so schaut es aus wenn blender das video dann rendert und es dauert ewig lange denn blender kann auf kein hardware encoder zurückgreifen sondern bietet nur software encoding an dumm gelaufen es dauert entsprechend lange und okay wenn das ergebnis dann passt meinetwegen tja wenn das ergebnis denn passt also was ich hier geschafft habe herzustellen war ein video das transparent ist das einen transparenten hintergrund hat also ich habe noch nicht auf anhieb verstanden wie ich da meinen eigenen hintergrund einfügen kann aber okay wenn man sowas herstellen kann und sich selber freistellen kann ist es schon mal ein mächtiges tool ja aber man betrachtet meine haare die sehen sehr künstlich aus auch so meine wangenknochen sind etwas ausgefranst und hier mein karo pullover wird durchsichtig ja also das haut nicht hin es gibt den video editor olive der sind in einer alpha phase heißt es mit olive habe ich also mit einem einfachen chroma key filter dieses ergebnis erzielen können die haare sehen ein wenig künstlich aus hier die scharfen kanten sind vorhanden und man sieht ja auch die hände wirken auch nicht sehr natürlich aber so im großen und ganzen ist es jetzt kein sehr schlechtes ergebnis und vom arbeitsaufwand her war es ganz okay also man kann es machen mit olive es geht dann kommen jetzt zwei beispiele mit software kdn live und hier sieht man auf anhieb ein unterschied wesentlich sauberer kanten das gesicht ist auch besser und pixelt nicht also das ist jetzt das programm dem ich persönlich den vorzug geben würde wie man hier sieht sind die haare hier dann auch nicht optimal das ist jetzt also kdn live und das ist jetzt der einfache chroma key filter in kdn live das heißt man hat einen regler im prinzip den man hier verstellt und das ist ein brauchbares ergebnis also damit könnte man bei erklärvideos ganz gut damit leben auch hier gibt es ein advanced chroma key wo man 34 regler hat die man verstellen kann und ich muss sagen mit diesen komplizierten chroma key filtern tue ich mir immer sehr schwer das ergebnis wird nicht besser ich habe hier einige artefakte drin das funktioniert für mich jetzt auch nicht so wirklich gut und man sieht das haar ist schlechter geworden ich habe hier sehr viel neues sehr viel bewegung drin und leider ist es dann so am schluss bleibt dann nur noch die basecap übrig wenn man jetzt nicht ständig mit seiner frisur kämpfen will aber es soll ja webcams geben die ein wenig besser sind aber ich werde mir jetzt keine 700 800 euro systemkamera kaufen spiegellose dslr um jetzt hier bessere ergebnisse zu erzielen also das muss jetzt dann so funktioniert und für linux auch tauglich sein nicht alle windows basierten lösungen sind halt ebenso gut also für mich jetzt so das große fazit egal was man hier tut den besten green screen schafft immer noch obs mit seinem live green screen filter das ist jetzt also eine aufnahme von mir vor einer grünen wand und die einstellungen sind jetzt für live green screen in obs optimiert ich werde diesmal testweise versuchen ob man mich hier also das verrückte ist wie man hier sieht wenn ich jetzt also mich vor einem grünen hintergrund aufnehme ohne live chroma key filter und speise dieses video in obs wieder ein dann kann ich ein chroma key filter anwenden und das ergebnis schaut besser aus als dieser live green screen den man jetzt hier gerade sieht das verstehe wer will na gut also ich hoffe ich konnte ein wenig licht ins dunkel bringen ich fand die frage spannend ob jetzt der live chroma key in obs besser ist als die videosoftware die dann in aller ruhe eigentlich einen kompletten film rendern berechnen kann denn obs muss ja schon in echtzeit arbeiten und dafür leistet es sehr gute ergebnisse wie ich meine bis zum nächsten mal wie article wie 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 Vielen Dank.